So, jetzt geht es, nachdem wir die Grundsätze gehört haben, ein bisschen um die Betroffenenrechte. Wir reden also jetzt darüber, wie der Betroffene darin unterstützt wird, mit welchen rechtlichen Maßgaben ihm dabei geholfen wird, seine Grundrechtsposition durchzusetzen, auch gegenüber dem Verantwortlichen durchzusetzen. Und das wichtigste und erste Betroffenenrecht, das ergibt sich aus dem Grundsatz des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt, ist, dass in ganz vielen nicht öffentlich geprägten Zusammenhängen die Zulässigkeit der Verarbeitung abhängig ist von einer Einwilligung. Deswegen formuliert die Datenschutzgrundverordnung recht hohe Anforderungen daran, welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit eine datenschutzrechtlich relevante Einwilligung vorliegt. Und sie werden nochmal etwas schärfer, diese Anforderungen, wenn es um minderjährigen Datenschutz geht. Auch da war Facebook und ähnliche Unternehmen, Bingo übrigens, ganz weit im Fokus. Nicht soziale Netzwerke haben typischerweise bestimmte Altersgrenzen, ab denen sie besucht werden dürfen. Ähnliche Altersgrenzen kennen wir jetzt auch bei der Einwilligung und beim minderjährigen Datenschutz. Da könnte ich lange drüber reden. Ich glaube, es ist nicht so relevant für Sie, deswegen nur ganz kurz. In Österreich ist die derzeit relevante Altersgrenze 14. Also ab 14 kann man in aller Regel eine datenschutzrechtlich relevante Einwilligungserklärung abgeben. Darunter in aller Regel nicht, jedenfalls nicht allein, nicht ohne Mitwirkung der Eltern oder Erziehungsberechtigten. Da ist es also noch strenger. Bei allen anderen ist es auch streng. Die Einwilligung muss nachgewiesen werden können. Sie muss informiert sein. Sie muss freiwillig sein. Das ist auch etwas, was im öffentlichen Bereich häufig, wie schon mal gesagt, nicht der Fall ist, weswegen die Einwilligung als Rechtsgrundlage ganz häufig entfällt. Und sie muss auch in Bezug auf die Freiwilligkeit zweck, insoweit sozusagen zweckfrei sein. Deswegen steht im Artikel 7 auch ein wichtiger Grundsatz, der sehr viel Anlass für Diskussionen darstellen kann, nämlich der Grundsatz des sogenannten Kopplungsverbots, des Verbots, dass man die Darbietung von Dienstleistungen oder Waren davon abhängig macht, dass der Betroffene einwilligt, obwohl diese Einwilligung für die Erbringung dieser Dienstleistungen gar nicht erforderlich wäre. Das ist auch ein Riesenfeld, ein Riesenminenfeld, weil man natürlich bei jedem sozialen Dienst, der, Anführungszeichen, gratis, Anführungszeichen, zur Verfügung gestellt wird, darüber diskutieren kann, ob eigentlich die datenschutzrechtliche Einwilligung zur Erbringung dieses Dienstes erforderlich ist oder ob das ganze Geschäftsmodell unzulässig ist. Das werde ich hier jetzt aber nicht vertiefen, weil ich davon ausgehe, dass das primär adressierte Publikum dieser Videos nicht versucht, Geschäftsmodelle von Facebook und Ähnlichem zu kopieren. Für sie ist also wichtig, A, Minderjährige sind ein Problem und B, die Freiwilligkeit der Einwilligung im öffentlichen Bereich ist ein Problem. Deswegen entfällt die Einwilligung als Rechtsgrundlage bei Ihnen in aller Regel. Sollte in irgendwelchen Ausnahmekonstellationen trotzdem die Einwilligung die Rechtsgrundlage sein, dann sei erinnert an die Nachweispflichten, an das Freiwilligkeitsgebot und an das Trennungsgebot, dass also die Einwilligungserklärung getrennt sein muss von sonstigen Einwilligungserklärungen, die sonst so im Rahmen von Rechtsbeziehungen abgegeben werden. Das ist ein fundamentales Recht, das der Betroffene hat. Das greift aber natürlich nur dann, wenn es keine gesetzliche Grundlage gibt, anhand derer die Behörde berechtigt und verpflichtet ist, unabhängig von einer Einwilligung Daten zu erheben und zu verarbeiten, weil die Verarbeitung für die Wahrnehmung erforderlich ist. Selbstverständlich fragt die Polizei, wenn sie jemand verhaftet und den erkennungsdienstlich behandelt, nicht nach einer Einwilligung des Betroffenen und selbstverständlich darf die Polizei trotzdem diese Daten erheben. Warum ist das so? Weil das zu den Aufgaben der Polizei gehört, jedenfalls wenn alles gut geht und weil, wenn alles gut geht, diese Daten auch erforderlich sind zur Wahrnehmung der Aufgaben. Die Einwilligung, nochmal, ist deswegen wichtig, vor allem im privaten Bereich. Sie ist aber nicht so wichtig, wie viele, die von Datenschutzrecht keine Ahnung haben, mitunter glauben. Es ist nicht das einzige Instrument und im öffentlichen Bereich ganz sicher nicht das wichtigste Instrument, auf das man zurückgreift, wenn man eine Verarbeitung rechtmäßig macht. Neben dieser Einwilligung stehen daher ein ganzer Block von sonstigen betroffenen Rechten, die jetzt auch dann zur Verfügung stehen, wenn die Verarbeitung nicht zwingend auf einer Einwilligung beruht. Und natürlich muss man auch da jeweils im Einzelfall dann ansehen, ob die Verarbeitung als solche rechtmäßig ist. Also zum Beispiel ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung von Polizeidaten durch den Betroffenen, wenn die Daten rechtmäßig erhoben und verarbeitet wurden, wird nicht besonders sinnvoll sein. Das wird es in aller Regel nicht geben. Also auch bei den betroffenen Rechten muss man daher im Einzelfall differenzieren. Das ist jetzt nur so eine grobe erste Orientierung für alle. Und die wichtigsten Maßgaben, die ich Ihnen da mitgeben muss, ist Transparenz, Transparenz, Transparenz. Also das allerwichtigste ist, der Betroffene muss Bescheid wissen können darüber, was eigentlich geschieht. Und dieses Prinzip wird gleich auf zwei Wegen erreicht. Auf der einen Seite muss der Verantwortliche informieren. Er muss also von sich aus erklären, das und das erhebe ich zu diesem und jenem Zweck und speichere das so und so lange. Deswegen sind Datenschutzerklärungen so wichtig. Und auf der anderen Seite muss er aber auch Auskunft erteilen, wenn der Betroffene wissen will, ob und welche personenbezogenen Daten über ihn verarbeitet werden. Also das sind beides Instrumente, mit denen das Gebot der Transparenz gewahrt wird. Er soll auch in seinem informationellen Selbstbestimmungsrecht gestärkt werden. Deswegen gibt es ein Widerspruchsrecht. Die Daten müssen richtig sein. Sie müssen also berichtigt oder gelöscht werden, wenn sie falsch sind. Sie müssen gelöscht werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Grundsatz der Datensparsamkeit, der das erklärt. Alles eigentlich nichts, was nicht schon bisher so gewesen wäre. Ein bisschen neuartig sehen zumindest auf den ersten Blick aus solche Dinge wie das Recht auf Vergessenwerden. Darüber rede ich gleich noch etwas ausführlicher. Und das Recht auf Datenportabilität. Auch das ist wieder so eine Art von Lags Facebook, die der Gedanke dahinter ist, wenn ich beim sozialen Netzwerk A meine letzten fünf Jahre verbracht habe und jetzt will ich ins soziale Netzwerk B übersiedeln, dann kann ich das nur bisher häufig unter in Kaufnahme meines sozialen Tunes tun, weil alle meine Daten in A bleiben und ich in B praktisch von neuem beginnen soll und muss. Der Grundsatz auf Datenportabilität soll das erleichtern. Er soll also möglich machen, dass ich meine Daten von A nach B mitnehme. Das gilt jetzt nicht nur für soziale Netzwerke, sondern hat einen größeren Anwendungsbereich. Vielleicht nicht so sehr im öffentlichen Bereich, aber zum Beispiel für viele beratende Berufe wird dieses Recht auf Datenportabilität eine Rolle spielen. Und letztes, was ich hier noch als neuartig vielleicht ein bisschen oder als stärker als bisher im Fokus stehend hervorheben möchte, ist, dass der Betroffene auch besser und stärker als bisher informiert werden sollte. Allerdings nicht nur der Betroffene, sondern an erster Stelle mal die Behörde. Es gibt also verstärkte Verpflichtungen zu Privacy, Bridge Notifications in Bezug auf Behörden und Betroffene, auch wiederum letztlich dazu, um den Betroffenen dazu zu helfen, dazu zu verhelfen, besser als bisher seine Rechte wahrnehmen zu können. Lassen Sie uns mal beginnen mit den Informationspflichten. Also, was muss in einer Datenschutzerklärung enthalten sein, damit sie wirksam ist? Das ist recht ausführlich, gleich schon in der Datenschutzgrundverordnung deutlich gemacht. Das ist eine Art Checkliste, die man einfach durchgehen muss. Und da spielt auch schon recht schnell eine Rolle, dass Sie sicherstellen müssen, dass Sie wissen, wer der Verantwortliche ist, also wer entscheidet letztlich über die Verarbeitung und dass Sie sicherstellen müssen, zu wissen, zu welchen Zwecken werden diese Daten erhoben und verarbeitet. Sie müssen in weiterer Folge dann auch wissen, ob Sie die Daten an irgendwen Dritten übermitteln wollen. Also, Sie müssen über Empfänger informieren, ob Sie die Daten in einen Drittstaat übermitteln wollen. Auch darüber müssen Sie entsprechend informieren. Und Sie müssen, wenn Sie einen solchen haben, auch über den Datenschutzbeauftragten informieren. Der Datenschutzbeauftragte ist der zentrale Ansprechpartner für datenschutzrechtliche Fragen, auch für den Betroffenen, wenn auch nicht der Verantwortliche. Aber deswegen muss auch über den Datenschutzbeauftragten, wenn es einen solchen gibt, informiert werden. Ganz ähnlich die Auskunftsrechte und die Auskunftspflichten, je nachdem von welcher Seite Sie es sehen, auch da sind im Wesentlichen ähnliche Informationen zu gewähren. Insbesondere muss hier auch informiert werden darüber, zu welchem Zweck, welche Kategorien von Daten durch wen verarbeitet und an wen übermittelt wurden. Kategorien von Daten Kategorien von Daten Kategorien von Daten